Hallo zusammen, mich hier ist wieder ein Schlau und herzlich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns die neuen Drachenrunen angucken, die wir uns jetzt mit Patch 10.07 besorgen können. Und zwar können wir nämlich ein bisschen weiter skillen. Wenn wir hier mal reinschauen, bei unserem Skillbaum haben wir quasi zwei neue Unterpunkte, und zwar einmal Flugstopp. Da können wir einfach unsere Vorwärtsgeschwindigkeit ein bisschen verringern. Und dann haben wir noch Flugstopp, äh, Flugerholung, so rum. Und da können wir mit dem Flugstopp dann dementsprechend Elan zurückkriegen, wenn wir das einsetzen, während wir Nervenkitzel der Lüfte aktiv haben. Das kostet jeweils vier von diesen Drachenglyphen, und dafür müssen wir ein paar neue einsammeln. Und die befinden sich alle acht Stück auf der neuen Insel, naja, halbwegs neu zumindest, die verbotene Insel. Und die haben wir hier oben, ist ja quasi auch der Rare Spot. Und ja, über Handynotes habe ich jetzt hier schon die ganzen Markierungen auf der Karte, die werden wir einmal abfliegen. Falls ihr jetzt da keine Addons nutzt, könnt ihr da vielleicht die Positionen mitsehen. Wir sind jetzt hier ganz unten, warte, ich kann ein bisschen rangehen, hier unten starten wir. Und da haben wir auch die erste. Und ja, die ist halt direkt hier auf dieser kleinen Insel unten in dem Turm drin. Und jetzt muss ich mal gucken, ob wir die auch andippen können. Und dann, ah, seht ihr, da haben wir es. Es gibt auch eine Chiefwind übrigens dafür, Glüphenjäger der verbotenen Insel. Genau. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die anderen. Hier haben wir auch schon den Vogel, der uns nach oben schleudert. Und dann müssen wir jetzt relativ weit hoch. Und zwar können wir jetzt in so einer Art V die abfliegen. Die nächste ist nämlich hier auf dem höchsten Gipfel. Und da müssen wir jetzt einen Ticken runter. Und dann können wir die einfach auf der freien Fläche holen. Hier hinten seht ihr es schon. Heißt, die ist jetzt hier ein bisschen weniger versteckt. Da fliegen wir einmal durch. Dann haben wir die zweite. Dann haben wir die nächste hier ein bisschen weiter unten. Da müssen wir jetzt hier in diesen Turm reinfliegen, wie ihr seht. Können wir einmal mitnehmen. Dann die nächste haben wir jetzt bei dem Gewölbe da hinten. Mal gucken. Die weiß ich jetzt auch noch nicht. Die habe ich bis jetzt noch nicht genau gesehen, wo die ist. Ob die oben drauf irgendwo liegt. Aber müsste ja, oder? Ah, die ist hinter der Bergkuppe versteckt. Okay, da haben wir die nächste. Dann fliegen wir jetzt auf die kleine Insel hier rüber. Da sehen wir schon durch die Bäume ein bisschen durchschimmern. Glauben wir die auch noch ein. So, die war da oben. Dann haben wir eine oben im Turm. Die habe ich letztens schon ein bisschen gesucht gehabt, weil ich die schon gesehen habe, während ich einmal einen Rare gekillt habe. Und zwar gibt es da so einen Drachen drin, der mich umgebritzelt hat. Wir müssen jetzt hier oben reinfliegen, seht ihr da? Die sieht man von außen nämlich nicht. Und dann haben wir eins da unten noch. Da ist ja diese, ja, diese Halle, wo man, ich würde jetzt mal sagen, so eine Art Giftgas hat oder so. Da braucht man immer so einen kleinen Trank, um dementsprechend da nicht zu sterben. Und irgendwo davor soll die rumfliegen. Jetzt schauen wir mal. Ah, die ist bestimmt hier einmal in dem Gebäude, oder? Ja. Schauen wir mal, kommen wir da wieder raus? Ja, unten. Ach, der Spalt ist ein bisschen zu eng. Okay, da muss ich, glaube ich, abmaunten. Machen wir das mal anders. So. Und dann müssten wir jetzt noch eine haben. Und zwar ist die ganz hinten auf der Insel. Da flattern wir jetzt mal hin. Und dann würde ich sagen, probieren wir auch dann die Fähigkeiten gleich mal aus, sobald wir alle von diesen Glyphen zusammen haben. Jetzt gucken wir mal, ist die im Turm drin? Nö. Ah, die sind im kleinen Gebäude, okay. Zack. Und dann haben wir dementsprechend alle acht von diesen Glyphen zusammen. Dementsprechend auch ein Achievement jetzt bekommen. Okay, das packt ein bisschen. Und ja. Dann würde ich sagen, skillen wir einmal das hier mit und das hier. Und dann probieren wir es auch gleich mal aus. Und zwar fliegen wir jetzt ein bisschen hoch. Und wo haben wir jetzt den Flugstopp? Hier haben wir ihn. Wenn ich jetzt Flugstopp einsetze, dann bleiben wir in der Luft quasi stehen. Oder fliegen zumindest langsamer nach vorne. Und haben jetzt auch gerade, wie ihr gesehen habt, einen Elan zurückgebekommen. Das ist immer dann der Fall, wenn es hier, glaube ich, so blau leuchtet. Also wenn ihr nach unten fliegt, dann leuchtet ihr ja so komisch blau. Und wenn ihr dann quasi den Flugstopp einsetzt, dann gibt es halt zusätzlich noch eine Elan zurück. Ich muss sagen, Flugstopp ist eine ganz nette Sache. Vor allem, wenn man irgendwo auf kleinen Sachen landen muss. Zum Beispiel für diese Flaggen, die man da anklicken muss auf den verschiedenen Gipfeln. Da ist es manchmal ein bisschen eklig gewesen, wenn man da mit voller Speed quasi hinfliegt. Das macht es damit ein bisschen einfacher. Und ich denke mal, das ist eine ganz nette Angelegenheit. Gut, jetzt muss ich meine Beins hier noch ein bisschen ändern von Sachen, die ich jetzt sonst nicht so oft nutze. Machen wir das mal so und so und so. Und ja, dann sind wir damit auch durch. Achievement haben wir, Fähigkeiten haben wir. Und ja, ich drücke euch dann... Ja gut, die Daumen muss ich euch nicht drücken, aber ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfahren mit euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.